Kampf gegen Aids gewonnen, Zahlen zu den Folgen des Bienensterbens und 2015 ist für immer das heißeste Jahr. Das sind nur drei der fünf Themen heute in den Klicks und Top 5 News. Wird dieses Jahr das heißeste Jahr seit Anbeginn der Messungen? Wenn man die letzten Wochen so Revue passieren lässt, könnte das schon stimmen. Die Nationale Ozean- und Atmosphärenverwaltung, NOAA in Washington, berichtete von einer Oberflächendurchschnittstemperatur auf den Ozeanen und den Landflächen von 16,33 Grad Celsius. Der Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts liege fast ein ganzes Grad darunter. Letztes Jahr im Juni konnte der bis dato heißeste Tag seit 1880 gemessen werden. Aber auch den haben die Temperaturen im vergangenen Juni um 0,12 Grad überboten. Es ist praktisch unmöglich, dass 2015 nicht das wärmste Jahr aller Zeiten wird, so Jessica Blanden, Klimawissenschaftlerin der NOAA. Ich glaube, keiner würde sich beschweren, wenn es nicht noch so ein heißes Jahr geben würde. Die Krankenhäuser mussten rund um die Uhr Patienten mit Kreislaufzusammenbrüchen, Hitschlägen oder Ähnlichem versorgen. Die enorme Hitze forderte auch viele Tote. Allein im südlichen Teil Pakistans starben über 1200 Menschen daran. 2030 ist der Kampf gegen Aids gewonnen. Am Dienstag teilte der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon voller Freude mit. Die Welt hat es geschafft, die Aids-Epidemie anzuhalten und zur Umkehr zu bringen. Es leben derzeit zwar immer noch ca. 37 Millionen betroffene Menschen auf der Welt, aber in den letzten 15 Jahren hat sich vieles getan. Seit 2000 konnte die Zahl der Neuinfektionen um 35% reduziert werden. Vor 11 Jahren starben die meisten Menschen an HIV. Bis heute konnte diese Zahl fast halbiert werden. Ban Ki-moon sieht somit eines der UN-Ziele als geschafft an. Vor 15 Jahren wurden ganze 8 Ziele verfasst. Das sechste Ziel lautete unter anderem bis 2015 die Ausbreitung von HIV-Aids zum Stillstand bringen und eine Trendumkehr bewirken. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde bis heute fast 190 Milliarden Dollar eingesetzt. Dieses Geld ist wirklich gut investiert. Eine weitere erfreuliche Zahl, ganze 75% der schwangeren Frauen auf der ganzen Welt sind in ärztlicher Behandlung. Damit eine noch bessere Versorgung gewährleistet werden kann, soll das jährliche Budget von 22 Milliarden auf 32 Milliarden Dollar erhöht werden. Die Aufstockung des Budgets könnte es mehr Menschen ermöglichen, medikamentös behandelt zu werden. In 15 Jahren soll der Virus vollständig ausgebremst werden. Die Erde erwärmt sich, das Eis schmilzt. Klassisches Standard-Klimawandel-Szenario. Nicht ab am Nordpol, so die Experten. Am Nordpol nahm das Eis zwischen 2012 und 2013 sogar zu. Forscher der University College London berichteten darüber im Nature Geoscience-Fachmagazin. Betrachtet man den Zeitraum Herbst 2012 bis Herbst 2013 ist sogar eine Steigerung von über 40% zu erkennen. Von 7.750 auf 10.940 Kubikkilometer Eis. Der Griostar-2-Satellit zeichnet schon 5 Jahre die Arktis mit seinen Radarstrahlen auf. So wie sich manche Fische orientieren mit Schallwellen, so ähnlich arbeitet auch der Satellit. Mit den Strahlen erzeugt er Wellen. Anhand des Echos kann der Satellit berechnen, wie dick die Eisschicht ist bzw. welches Volumen sie hat. Ein Problem, das bisher nicht behoben werden konnte, ist die exakte Messung der Packeisflächen. Der darauf liegende Schnee würde die Messungen stark verfälschen. Aktuell würde man aber die Forschungen so gut, wie es derzeit möglich ist, betreiben. Vor ca. einem Monat haben wir bei Clixoom Facts & Fiction auf unserer Facebook-Seite von dem missglückten Start des Dragon-Weltraumfrachters berichtet. Keine zwei Minuten in der Luft und schon knallte es am Himmel und es entstand ein gewaltiger Feuerball. Der Raumfrachter Dragon gingen Flammen auf. An Bord wichtiger, nahezu essentieller Nachschub für die Raumstation ISS. Keine Personen wurden bei dem Unglück verletzt oder getötet. Dragon war unbemannt, jetzt gibt es die ersten Statements zu dem Unglück. Eine Stahlstrebe soll Schuld daran gewesen sein. Der Chef des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX persönlich äußerte sich dazu. Es sieht so aus, als sei die Strebe fehlerhaft hergestellt worden. Die Strebe hätte einen Heliumbehälter fixiert. Als diese brach, löste sich das Behältnis und explodierte. Bei der Explosion ist ein Schaden von mehreren Millionen Dollar entstanden. Folgen von Bienensterben, Studien in Zahlen. Dass das Bienensterben eine große Bedrohung für uns Menschen ist, sollte mittlerweile wirklich jedem klar sein. Wenn nicht, dann jetzt. Wissenschaftler der Harvard T.H. Chan Hochschule für Gesundheitswesen haben in der Fachzeitschrift The Launched eine Studie veröffentlicht, die die Zahlen oder die Folgen daraus in Zahlen nennt. Was passiert, wenn alle Bienen aussterben? Der Studie nach gehen dann 23% Früchte, 16% Gemüse, 22% Nüsse und 22% Getreide verloren. Die Prozentzahlen beziehen sich alle auf den weltweiten Bestand. Das ist schon schlimm genug. Doch die Folgen für uns habe ich ja noch gar nicht genannt. Neben dem, dass mehrere Milliarden Menschen an Vitamin A und oder an Folatemangel leiden würden, gäbe es jährlich 1,42 Millionen mehr Tote, würden nur 50% der Bienen aussterben, gäbe es immer noch 700.000 mehr Tote im Jahr. Wer jetzt noch nicht verstanden hat, wie wichtig es ist, Bienen zu schützen, der sollte sich mal die Zahlen aufschreiben und einfach nochmal durchlesen. Oder sich das Video hier oben anschauen. Das Bienensterben bedroht die Menschheit. Zur App und zum Blog kommt ihr hier unten. Und was denkt ihr über einen menschlichen Meilenstein wie den der UN? Ist ja mal was ganz anderes als die üblichen technologischen Meilensteine. Würde mich mal interessieren. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende.